In der Excellence Factory bauen wir unsere Monoblock-Baureihe von der 65er bis zur 95er Baugröße und das im Full-Model-Mix. Wir sprechen von einer Fertigung, bei der wir die Maschinen auf einem fahrerlosen Transportsystem montieren. Wir kommen von einer Taktung jetzt in eine neue Welt in der Excellence Factory, die auf 34 Stationen verteilt mit 4.000 Quadratmeter Produktionsfläche das neue Produktionskonzept darstellt. Wir haben versucht, die ganzen logistischen Zusammenspiele so zu synchronisieren, damit wir alles, was Verschwendung im Prozess ist, eliminieren. Hier sprechen wir jetzt von einem Montagekonzept, auf dem wir unsere Maschinen mit fahrerlosen Transportsystemen bewegen. Die Maschinen laufen kontinuierlich mit 45 mm pro Minute. Das führt zu einer deutlich kontinuierlichen Produktion, zu verkürzten Durchlaufzeiten und auch einer deutlich höheren Produktivität. Durch diese neue Excellence Factory haben wir jetzt die Möglichkeit, eben auf die kundenspezifischen Bedürfnisse die Maschinen durch die Schließmontage fahren zu können. Zusätzlich ist die Kapazität skalierbar, so dass wir von 600 Maschinen bis auf 1000 Maschinen pro Jahr abdecken können und das mit sehr kurzen Lieferzeiten für unsere Kunden. Dieses neue Produktionskonzept beinhaltet auch ein Digitalisierungskonzept der gesamten Wertschöpfungskette. Mit Tulip ist es uns gelungen, individuelle Applikationen für die einzelnen Montageinhalte zu programmieren und stellen hier Arbeitspläne, Zeichnungen und Realtime-Informationen zur Verfügung. Nachdem wir natürlich hier Produktivitätssteigerung am Standort haben, haben wir unsere Preise gesenkt und wir haben aktiv noch ein Genauigkeitspaket mit eingefügt und diesen Vorteil wollen wir natürlich unseren Kunden eins zu eins weitergeben. Also wenn man hier durch die Halle läuft, durch die Excellence Factory, da empfindet man natürlich stolz, dass wir eben hier in Fronten diese neue Montagehalle installieren konnten. Zum einen, weil diese Montagelinie sehr viel von unseren Ideen trägt und natürlich weil wir mit diesem neuen Konzept etwas erschaffen haben, was einzigartig in der Werkzeugmaschinenbranche ist.